So, und Segert bekommt jetzt den Zettel mit. Das konnte ich nicht mithören, was Glöckner ihm da erzählt hat, aber er hat den Zettel immer noch in der Hand und läuft jetzt vorne durch. Cello Segert, Bojamba und das Tor für Waldhof Mannheim ist das zu fassen. Und jetzt holt Segert die Mannen ran und sagt, Freunde, ich habe was auf dem Zettel stehen. Ist das eine Geschichte? Glöckner wechselt Cota ein, in der Zeit spricht er mit Segert. Segert geht mit Zettel rauf auf den Platz, ist im Strafraum, spielt den Ball und ganz hinten steht der eingewechselte Pascal Sohm. Nach seiner Meinung auch sofort angezeigt, nicht im Abseits. Und ich glaube, er hat damit recht. Ist das ein Wahnsinn. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport. und bei Magenta Sport. Untertitelung des ZDF, 2020